Guck mal, was ich für einen Hintergrund habe, Digga. Ich würde das mal einen Trailer angucken. Und dann kriegt ihr die Reaction, ey. Ich hasse so eine Reaction-Videos, ne? Oh Gott, oh Gott, die Schrauben, die drehen sich. Oh, 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 oh. So Leute. 5, 4, 3, 2, 1. Wirk, ich bin drin. Ich bin auch drin. Bin auch drin. 6.000. Ja, alles für die Gruppe, ja. Alles für den Club. Das ist ein richtig feiner Kerl. Ja, danke schön. Hör auf zu schleimig. Nee, Spaß. Guck, kriegst du einen Punkt. Alles gut. Oh, noch einen Punkt. Cool. Oh, Chipper, wo bist du? Achso, ich warte auf euch. Hallo. Draußen. Ey, ist schon einer Akt 3 im Mörsel. Leute, hört doch mal auf, da drüber zu gucken. Scheiß doch drauf. Die, ey. Muss doch gar nicht sein, Alter. Scheiß doch drauf, ey. Naja, nee. Wir sind oberes Mittelfeld. Auf jeden Fall, Leute. Wir sind die zweite Gruppe, würde ich sagen. Deswegen, hört mal auf, rumzuslängen. Jetzt bloß. Jetzt, jetzt werde ich heiß, jetzt werde ich heiß, Leute. Oh. Warte mal auf. Komm. Halt. Oh, oh. Drei. Ich hab zwei Brüste, ja. Ja, okay. Ich bin zurück. Zwei Brüste sind okay, ne? Ja, ja, ja. Ihr kleinen Drecksäcke, ihr. Ja, 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 ja. Exalted! Ach, du Scheiße. Ich glaube, wir müssen echt schlafen gehen, langsam. Lady, listen to my emotion. Oh Gott, ey. Da ist er. Wir sind am Ziel, Freunde. Das Level hat ein Ende.